auch aber nicht online aber gleich wir sind wahrscheinlich nur die Bummeletten und vielleicht auch wieder die Ersten die hier irgendwie irgendwas machen um die Seite ja und ja um unseren Bonuspunkt zu kriegen so mit dem letzten Video des Tages haben wir das ja eigentlich noch mal gemacht ist mal wieder völlig sinnlos wie alles was wir so machen aber wir wollten eigentlich auch noch mal gute Nacht sagen gute Nacht tschüss